In etwa, ihr seid zu Gast in der Multimodal mit Harry Axt aus Berlin. Yes guys, welcome to Multimodal Radio Show today with Harry Axt from Berlin, Berlin, Berlin in the house. Ja, Harry, sortiert erstmal seine Platten hier. Ich kann ja ein bisschen was erzählen, seine derzeitigen Releases, Widz Cuts, beziehungsweise She's Different, ne, auf, wie war das Label nochmal? Ja genau, Relax 2005 müsste das sein. Dann die Harry Axt mit der, die Tanker IP und natürlich auch das Album. Ja, Planet Axt, Harry, dein erstes Album, wie ist das? Ja, also auf jeden Fall schön. Ist dein erstes auch? Mein erstes Album, ja. Genau, und du machst ja auch ein Projekt als Daniel Steinberg, ja? Wo sind die Unterschiede zwischen Harry Axt Sound und Daniel Steinberg Sound? Ich bin halt so ein bisschen darker, ein bisschen doller und, ja, Daniel Steinberg so ein bisschen Mädchen, 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 Schinkeln, Ärscher wackeln, ja. Okay Leute, na gut, machen wir weiter. Wir wünschen euch viel Spaß noch in einer eine halbe Stunde, jetzt hier, knackige Sounds und, ja, danach geht's weiter mit drauf, was sie lässt, ja. Also weiter geht's hier. Ich bin halt so ein bisschen, 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 ich bin halt so ein bisschen. Ich bin halt so ein bisschen, ich bin halt so ein bisschen. Ich bin halt so ein bisschen, ich bin halt so ein bisschen, ich bin halt so ein bisschen. Ich bin halt so ein bisschen, ich bin halt so ein bisschen, ich bin halt so ein bisschen. Ich bin halt so ein bisschen, ich bin halt so ein bisschen, ich bin halt so ein bisschen. Ich bin halt so ein bisschen, ich bin halt so ein bisschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020